Vier Dinge, die du unbedingt wissen solltest, bevor du in ein Camperband ziehst. Erstens, du musst deine eigene Toilette leeren und ja, da muss man sich mit befassen. Zweitens, nicht jeder Stellplatz ist so fans, wie man es teilweise auf Instagram sieht, manchmal ist es auch einfach nur ein ganz normaler Parkplatz. Drittens, du musst spülen, du musst rund um die Uhr spülen und viertens, du hast leider nicht immer genug Wasser dafür.